so liebe leute alles klar ja doch ich habe habe ich genau schafe und ziegen und so und dieses netz versorgen wasser habe ich da schon habe ich schon mal sehen ach so geil das ist ja gar nicht gefüllt das ist geil wo sie sagen so jetzt fahren wir erst mal darüber ich fahre hier über den hofer dann wollen nicht so lange veröffentlicht die straße fahren mit den ballen da vorne dran macht ja sinn wenn ihr denke ich glaube ich kann man ja so dass hier rüber hello hello hallo hallo vorsichtig ihr lieben wir wollen ja hier kein ziegen links ums ragu und so ne da wollen wir nicht so so er hat doch gesagt heul er hat mir doch gesagt was denn jetzt los ach so was müsste doch jetzt eigentlich dann auch mal arbeitstellung ach baul entladen da so wird ein schuh draus prima wenn wir noch ein bisschen zutro haben dann holen wir mal das zutro weiter auf den hoch und glaube ich doch froh mal zuerst die nase juckt das gefällt mir da fällt nichts runter das geht leicht runter von der gabe wieder ab so mag ich das traktor quert die fahrbahn achtung achtung ja klar jetzt bist du auch schönes weiches bett hier ja guck mal geht doch das ist doch normal so dann sind die erst mal versorgt das ist doch schon mal schön das noch mal dran dann stellen wir die mal vorwärts da rein damit sich ja keiner dran wehntüten kann so das war dieses regen hat aufgehört das ist auch geil muss ich mal so sagen das sollte gehen jetzt muss ich hier hin warte mal warte mal warte mal warte doch mal wo sind wir denn meinst pfufig mein rücken wenn wir da hingehen was ist das denn für eine fahrtmischung hier ich hatte ja ganz gerne das normale rot aber egal machen wir das so mieten danke so Wuh! Oh, dann holen wir den mal eben noch schnell nach vorne. Der wird dann hier gebraucht. Okay. Plane können wir schon aufmachen. Der Regen hat ja aufgehört. Es regnet nicht schnell. So, jetzt rennen wir wieder bei die Schweine. Wir gucken hier bei die Schweine durch. Guten Tag. Und da steht ein Monstrum. Allez, hopp. Okay. 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 So, mal aufklappen die Schoße. Hochinteressant. Hochinteressant. Guck mal, was der Gas ist. Das ist ja ein richtiger Raserhase. Ja, absolute Dinge. Wahnsinn. Ein Wahnsinnsgerät. Okay. Okay. Einfach. Oh, okay. Einfach. Der Flitz mit 30 km high über den Acker. Geiler klassen. Ja, das ist ganz schön schnell. Finde ich. Das ist ganz schön schnell. So, das ist aber eben vom Wispel. Ich glaube schon, passt das. Ein bisschen langsamer Lama. Also mit 30 kmh, da kann ich dann schon überspiegeln. Ich bin ja für schnelles Arbeiten. Das gebe ich ja wohl zu. Das gebe ich ja wohl zu, aber das ist ja ein bisschen. Dafür kommt der rückwärts nicht aus dem Quark. Achso, ich habe ja den Dienst dran. Egal. Der Traut gegen den Schläger, der war ja noch unten. Das tüten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich muss ja nicht mehr mit dem Auto bewegen, aber weder beruflich noch guter. Von daher habe ich da kein Problem mehr. Aber für die Leute, die so arbeiten, fahren müssen. Mein Gott, was ist denn los? Warum vergessen? Ich muss mal eben schauen. Moment. Mir fällt da gerade auch so ein bisschen auf. Ähm, nee. Mimimi, Mimimi, die, die... Was hat er denn für ne... Hä? Drei Meter, genau. So. Der hat doch mehr wie drei Meter. Der Land ist doch gefuscht worden, das sehe ich doch. Jetzt mal ganz in Ruhe. Das ist es schon mal nicht. Und das ist doch die gleiche Kacke. Was für ein dummes Zeug. Das machen wir dann nicht, wenn ich ohne Wings bin. Das machen wir Zeitdruck für die Zuschauer. Wenn man eben kommt ja von innen aus. Das kann man auch machen. Der Guide. Sammeln nicht, der Guide. Das geht. Und ich bin schon wieder zu schnell. Oh well. Ich bin zu schnell. Rückwärts kommt er dich in den Hufen. Und vorwärts jagt er sich durch. Der Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ain viva wava waaasinnn. Was ist denn das für Quatsch? Tut doch kompletto falsch um! This way, please. Also definitiv ist da die Arbeitsbreite erweitert. Das ist Hammersicher. Die hat doch Witzigkeit vier. Vier Meter. Die Sache müssen wir nochmal eruieren, behaupte ich. Ah, 3,50. 3,50 auf jeden Fall. Ui. Ui. Hohoho. Aber der ist aber debbel manipuliert. Satan. Das war ja ne... Was? Alter Schwede. Das war ja kein Abladen, das war ja ein richtiges Abkotzen. Irre. Also Leute. Das passt nicht. Das passt nicht. Wisst ihr was? Dann mache ich Schluss. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und ich werde mal gucken, ob ich da... Ich werde schon mal auf die Breite angestellt fühlen. Ich sag mal, bis die sind. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. So. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. 심mit. one